Können wir mal auf den Doktor schießen, wenn der uns nichts zu trinken bringt? Wir wollen auch Medizin! Tust du mir gefallen? Nicht auf den weißen Kittel, sonst gibt das Ärger mit der Verbannschaft! Scheiß war drauf, mir das ab! Erstmal soll der Wald weg, hat vielleicht gesagt. Bist ready? Feuer! Die war aber gerade ganz schön laut. Ja? Die war gerade...